Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen hier in diesem neuen Video und heute geht es um das Thema Affiliate Marketing. Ist Affiliate Marketing ein Scam und wie kann man wirklich damit Geld verdienen? Das alles jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Affiliate Marketing ist nichts anderes als Empfehlungsmarketing und das bedeutet, wenn du irgendwie ein Produkt hast, das du wem anders empfiehlst oder eine Dienstleistung, das du einem anderen empfiehlst und der diese Dienstleistung in Anspruch nimmt oder das Produkt in Anspruch nimmt, dann bekommst du eben eine Provision. Das heißt Affiliate Marketing ist Empfehlungsmarketing und hier gibt es natürlich auch verschiedene Formen Affiliate Marketing zu machen, aber da komme ich gleich drauf und zwar ist es auch ein bisschen darauf zurückzuführen, warum so viele Menschen sagen Affiliate Marketing ist ein Scam. Meistens informieren sie sich so ein bisschen, kommen so auf Nischenseiten, vielleicht auf Amazon, Links und so weiter und so fort und gehen dann her und wollen irgendwelche Produkte weiterempfehlen. Dann nehmen sie den Link oder was auch immer, empfehlen dieses Produkt weiter und irgendwie wird es nicht so wirklich gekauft, dahinter steckt kein System. Affiliate Marketing ist ein Scam. Und ja, deswegen kann ich das mittlerweile wirklich echt gut nachvollziehen, weil die Leute nicht wissen, wie man Affiliate Marketing wirklich richtig macht. Es gibt drei Säulen, die ich auch in meinem Affiliate Marketing Kurs eben beibringe, wie man Affiliate Marketing wirklich erfolgreich machen kann. Es gibt drei verschiedene Formen, wo es wirklich sehr, sehr profitabel ist und ja, mal kurz etwas auszuprobieren, funktioniert nirgendwo wirklich. Viele Leute denken auch, Affiliate Marketing ist nur Nischenseiten erstellen, Webseiten erstellen und darüber Affiliate Links promoten oder unter YouTube Videos Affiliate Links promoten. Aber die Leute verstehen nicht, dass das wirklich vielseitig ist, dass man Affiliate Marketing in vielen Bereichen und vielen verschiedenen Bereichen gut und ganz anders anwenden kann. Und darauf komme ich jetzt. Ich nenne es die drei Säulen des Affiliate Marketings. Diese drei Säulen sind die Säulen, die im Affiliate Marketing wirklich extrem profitabel sind. Ich gehe jetzt wirklich mal kurz auf alle drei Säulen ein. Erste Säule ist die Personal Brand. Was bedeutet es? Die Personal Brand ist praktisch deine eigene Marke. Also zum Beispiel, wenn du eine große Marke auf Instagram oder Facebook hast, du hast viele Follower, du hast vielleicht schon eigene Produkte und so weiter und so fort, dann hast du eine Personal Brand. Und es ist sehr, sehr gut, Affiliate Marketing auch über eine Personal Brand zu betreiben. Das heißt, du kannst Produkte verkaufen, die du selbst nicht herstellen musst. Zum Beispiel als YouTuber empfiehlst du eine Kamera. Zum Beispiel als Fitness Instagramer, als Fitness Instagram Influencer promotest du einen Fitness Kurs, den du selber gar nicht gemacht hast, aber bekommst du für 50% Provision und so weiter und so fort. Als Personal Brand ist es wirklich extrem profitabel, eine Affiliate Marketing zu betreiben. Ein sehr, sehr gutes Beispiel ist hier auch Tai Lopez. Tai Lopez hat eine mega Personal Brand und auch wenn man auf seine Webseite schaut, selbst er hat so viele Bücher dort, die er empfiehlt und bekommt dadurch von Amazon sehr viel Provision. Die zweite Säule ist Blog, Webseite, Affiliate Webseite, Nischenseite und so weiter und so fort. Wenn du einen Blog hast oder wenn du allgemein schon Webseiten erstellen kannst, Blogs erstellen kannst und einigermaßen kreativ bist und gut schreiben kannst, ist die zweite Säule Blog und Webseite wirklich extrem gut für dich. Du kannst hier viel Content den Leuten bringen zu einem bestimmten Thema und in diesem Content kannst du immer mal wieder Affiliate Links einbauen, das heißt zu irgendwelchen Produkten leiten, auf Amazon, auf Digistore24, wie man zum Beispiel einen Hühnerstall selber baut, irgendeinen Kurs dazu und bekommst dafür Provisionen. Und die dritte Säule ist auch gleichzeitig wirklich die profitabelste Säule und die Säule, hinter der wirklich auch eine Menge Geld steckt und auch wirklich die ganzen großen Affiliate Marketer, die wirklich viel Geld damit verdienen, benutzen diese Säule. Das heißt Funnel, Werbeanzeigen oder halt einfach die Kombination von Werbeanzeigen und einem Funnel. Hier handelt es sich meistens um digitale Produkte. Also du bietest praktisch den Leuten Produkte an im Bereich Dating, im Bereich Finanzen, im Bereich Gesundheit und so weiter und so fort. Du musst aber dazu eben Systeme aufbauen und dahinter steckt eine Menge Wissen, das du dir aneignen musst. Also es ist nicht schnell eine Webseite aufgebaut oder über die Personal Brand, was praktisch promotet, sondern ein Funnel aufzubauen mit einer Werbeanzeige und so weiter. Alles, was da dahinter steckt, erfordert Wissen, ist aber dann, wenn man sich das Wissen mal reingezogen hat, was ich auch in meinem Affiliate Marketing Masterclass Kurs eben zeige, unter anderem, kann man da wirklich auch sehr, sehr schnell sehr, sehr gutes Geld verdienen. Wenn ich mal noch auf die einzelnen Säulen nochmal tiefer und explizit eingehen soll, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Like da und abonniert den Channel für mehr Content. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann, euer Max.